Diese Mission verläuft anders. Ihr üblicher Arbeitsablauf ändert sich. Sie brauchen eine Begleitung. Und um genau zu sein, eine weibliche. Was? Eine Frau? Nemanee ist unser Android. Ihre Leistung ist einstellbar. Ich habe Gefühle für dich, Nemanee. Wenn Sie Tifa deinstallieren, lässt sich Nemanee in einem anderen Modus starten. Und das würde dann was aus ihr machen? Sie wird das werden, was Sie aus ihr gemacht haben. Das heißt, sie könnte ein Mensch werden. Deine Emotionen gefährden die Bemühungen der Eda-Lisi-Cooperation. Du bestrafst mich doch nur. Ich hasse dich. Ich bin nicht ein Sklaventreiber, sondern ein Befreier. Aber du hast mich nicht befreit. Achtung! Autopilot hat Kontrolle über Jetbooster B verloren. Du bist nicht echt! Du bedeutest mir nichts. Du bist nicht echt!